He-Man! So, das hat aber mehrere Gründe. Zum einen haben wir halt die sinkenden Klickzahlen und die damit resultierende oder die, ich schließe daraus, dass da nicht mehr die Aufmerksamkeit und das Interesse besteht und zum anderen ist es auch der letzte Band. Also, das ist direkt das nächste. Also, es kommen keine weiteren Bände mehr. Das war von vornherein auf sieben Bände ausgelegt und diese sieben Bände sind jetzt veröffentlicht worden. So, damals war das ja hier der erste, ja, das Buch des Bösen. Damit fing damals alles an und jetzt sind wir am Ende angelangt und haben die Entführung der Burg der Zeitlosen. So, seitdem hat sich einiges geändert. Unter anderem haben wir mittlerweile eine ziemlich fortschreitende Inflation, die sich zwar noch in Grenzen hält, wenn man sich das mal anschaut, wie es woanders läuft, aber man spürt es halt schon. Es wird überall teurer und das hat man auch hier bei diesem Buch gemerkt. So, das hier hat damals noch 19,90 Euro gekostet, genau wie alle anderen Bände, die danach kamen, also die sechs, die danach kamen, auch 19,90 Euro. Es gab andere Cover-Varianten, die waren teurer, aber klar, die sind dann auch limitiert. Und das hier ist jetzt das erste, was zwei Euro teurer ist. Das kostet also 21,90 Euro. Aber, aber, jetzt könnte man sagen, Inflation jetzt auch bei Comics, ja, also selbst das wäre ja durchaus nachvollziehbar. Ja, mehr, es ist alles teurer geworden. Aber hier haben wir nicht nur, dass es zwei Euro teurer geworden ist, sondern wir haben auch sage und schreibe 20 Seiten mehr. Ja, damals das Comic hier, das hatte 132 Seiten und das hier hat 152 Seiten. Das heißt, hier sind 20 Seiten mehr drin und dann kann man sagen, okay, ja, wenn es direkt mal 15 Prozent mehr Umfang hat, dann können wir auch sagen, okay, da bin ich dann vielleicht auch bereit, mal einen Euro oder zwei mehr hinzulegen. Abgesehen davon, dass 22,90 Euro oder 21,90 Euro immer noch ein Preis ist, wo man sagen kann, das ist spitze. Für ein Produkt wie dieses hier. Denn es ist wirklich, wirklich gut. Es ist erstmal Großformatik und dann haben wir wie immer sechs Geschichten drin. Nämlich hier dieses Mal die Geschichten aus den Bänden 19, 20 und 21. Damals wurde beim EH-Paar Verlag, wurde die Serie nach 21 Heften eingestellt. Und, ja, und jedes Heft hat halt zwei Geschichten mit drin. So, ja, und wenn ihr jetzt mal guckt, was ihr, wenn ihr jetzt mal in den Comicladen geht und guckt, was ihr für ein Album oder so ein Hardcover bezahlt, wo drei Hefte drin zusammengefasst sind, also im Umfang von 130 bis 150 Seiten, wenn ihr guckt, was diese Bücher normalerweise kosten, dann sind 21,90 Euro fast schon geschenkt. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal diesen Band an. Der ist halt wie immer sehr, sehr hochwertig rausgekommen. Ist hier bei uns am 13. Juni diesen Jahres, also schon letzte Woche. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich hatte wirklich so viel um die Ohren, dass ich euch heute erst, ich muss das ja auch lesen, obwohl ich eigentlich nicht jetzt auf den Inhalt eingehen will. Aber das wollte ich mit den anderen davor ja auch nicht. Trotzdem, ich denke, wir machen das heute mal etwas rasanter, damit ihr das auch lesen könnt, ohne vorher zu wissen, um was es geht. So, ja, also wir haben hier einmal dieses tolle Artwork. Auch hier gibt es natürlich wieder alternative Artworks. Da schaut ihr am besten mal auf der Seite von der Retrofabrik vorbei. Da kriegt ihr auch die vorherigen Bände noch. Jede dieser Geschichten, die hier drin sind, also jede dieser sechs Geschichten ist in sich geschlossen. Das heißt, ihr könnt also auch mit diesem Band hier anfangen. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, der interessiert mich besonders, der ist neu, ich möchte mal ein paar He-Man-Comics von früher lesen, dann könnt ihr euch den hier auch zuerst holen und anschließend dann die anderen nachholen. So, dann haben wir hinten auch nochmal Skeletor und Evil-Lin drauf. Auch ganz toll, hier oben halt eine Inhaltsangabe. Und was hier jetzt auch mit dabei war, das ist einmal diese Karte hier. Wo habe ich sie denn? Die habe ich als Lesezeichen benutzt und dann vorne wieder reingetan. Genau, und zwar ist das dieser Hinweis auf einen Schuber, wo ihr dann alle sieben Hardcover-Bücher reinpacken könnt. Den könnt ihr jetzt auch bei der Retro-Fabrik bestellen. Diese Karte, die liegt da mit, ja Karte, Papier, Blatt, Papier, Werbeflyer. Der liegt halt mit da drin und eignet sich auch hervorragend als Lesezeichen. Wenn ihr eins braucht und gerade keins zur Hand habt, habt ihr gerade angefangen. Könnt ihr? Ist dabei. Und da gibt es halt diesen Schuber, wo man alle sieben Bände nebeneinander reinstellen kann. So, wenn wir die jetzt nochmal so nebeneinander halten, ja, dass ihr seht, ich erzähle euch kein Mist. Man sieht das auch ganz deutlich hier. Das hat 20 Seiten mehr hier unten. Das hat mehr, ja. Also, so richtig kann man es nicht sehen. Aber es sind 20 Seiten mehr. So, gucken wir mal hinten rein. So, da können wir es doch sehen. Hier, da. So, hier, da ist die letzte Seite. Hier, hinten, da. Da, da könnt ihr die Zahl sehen. Ja. Ich schwitze auch wieder. Es ist furchtbar warm, ne. Es ist wirklich furchtbar warm. Jetzt gehen wir mal hier, Band 1, so, hier, letzte Seite, da könnt ihr, ja, kann man sehen, da ungefähr, ja, ungefähr. So, ja, wie gesagt, wieder einmal sechs Geschichten. Auf die sechs Geschichten möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht eingehen. Ich zeige euch das nur mal. Wir haben vorne halt wieder diese Inhaltsangabe drin. Und dann haben wir hier auch eine Einleitung nochmal, wo nochmal drauf hingewiesen wird, dass es sich hierbei um den letzten Band handelt und warum. Und hier nochmal die Abenteuer. Ja, auch hier weiteres Hintergrundwissen für interessierte Masters of the Universe Fans. Dann haben wir wie immer die Originalartworks der einzelnen Magazine mit drin. Und vorne haben wir dann halt auch die Magazinseite, also die redaktionelle Seite. Wobei, und das wusste ich nicht, das wusste ich nicht, das habe ich hier erst erfahren, Hier waren ursprünglich die Originalfiguren von Mattel abgebildet, die aber aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht abgebildet werden durften. Deswegen hat man das hier durch gezeichnete Äquivalente ersetzt. Und finde ich eigentlich auch ganz schön so. So, dann haben wir hier, wie immer, die tollen Geschichten. Tolle hier He-Man, äh, He-Man ist ja hier Prinz Adam, hier Tila in lasciver Pose. Ähm, und Man at Arms. Und es sind wieder tolle Geschichten, spannende Geschichten. Viel Action ist mit drin. Ähm, wirklich großartig. Aber wie gesagt, da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Dann haben wir hier auch noch, ja, Magazin Nummer 20. Da sind auch wieder zwei Geschichten drin, auch hier vorne wieder eine redaktionelle Seite. Und wenn ihr euch das ansieht hier, ja, die Farben, die Farben und die Schrift, das ist alles wie gehabt. Also ich muss da jetzt ja auch nicht im Detail auf alles eingehen. Ihr habt ja die anderen, ähm, Videos dazu auch schon gesehen. Ja, dann haben wir hier noch den letzten Band. Wobei ganz interessant ist auch noch, wir haben hier auf der letzten Seite immer den Hinweis auf den nächsten Band mit drin gehabt. Weil das halt damals auch bei den Magazinen mit abgedruckt war. Das ist jetzt aber ja hier nicht mehr der Fall, weil es der letzte ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier ursprünglich drin war. Doch, klar, das ist die Rückseite. Da wird halt auch eine andere He-Man und Masters of the Universe Reihe. Beziehungsweise das ist jetzt nur He-Man. Ja, diese, diese spätere Serie, wo die auf einem anderen Planeten durchs Weltall fliegen. Habe ich nie gesehen, habe mir auch nie gefallen. Ich mochte auch die Figuren nicht. Es war also, He-Man ist für mich das hier auf Eternia und das gefällt mir gut. Und dann kam das hier. Aber hier ist jetzt auch schon, muss ich mal meine Brille rausholen. Die gab es also damals wohl schon, weil das ist nämlich hier Nummer 5 schon. Das heißt, hier haben wir also schon Nummer 5 beworben. Das heißt, dass der EHPA Verlag damals wohl angefangen hat, schon eine neue Serie zu starten, bevor die alte eingestellt wurde. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt, die 20 Seiten extra. Was haben wir denn da? Wir haben hier das alles. Ja, also das hier sind die Comics. Und das alles hier, das ist hinter den Kulissenmaterial. Ja, das sind Zeichnungen, das sind Poster. Es sind, wie immer, dieses hinter den Burgmauern, wo ganz, ganz viele Hintergrundinformationen zu den Zeichnern, zu den Comics. Aber in dem Fall auch zu der Restauration, also was da geändert wurde, wie Farben geändert wurden, angepasst an die Figuren, wie die Sprechblasen angepasst wurden. Teilweise wurden Texte umgesetzt, damit man das besser lesen kann, weil es war vorher nicht ganz klar, wer sagt das jetzt eigentlich in manchen Fällen. Und es sind dann halt auch die Beispiele mit dabei. Es ist also wahnsinnig interessant. Und dann gibt es hier noch ein kleines Schwanker. Hier sind nämlich auch noch die, wie viele sind es, die neun Teile der Fortsetzungsgeschichte, die Jagd nach dem Zauberschwert. Die waren damals, ich meine, im Mickey-Maus-Magazin wären die abgebildet gewesen. Das sind immer so zweiseitige Fortsetzungsgeschichten. Und dann war hier unten immer so ein Rätsel, da kommt man was gewinnen. Das ist jetzt aber nicht mit dabei. Warum auch immer. Schön finde ich aber, dass die Geschichte hier, also die neun Teile dieser Fortsetzungsgeschichte, hier auch noch mit drin sind. Das heißt, ihr habt also nicht sechs Geschichten wie bisher, sondern sogar sieben. Toll. Ja, also alles in allem wieder einmal ein großartiges Werk von der Retrofabrik. Schade, dass es das letzte ist, aber es wird mit Sicherheit noch irgendwie weitergehen. Die Retrofabrik wird auf jeden Fall nicht verschwinden. Und ich denke, dass auch die Zusammenarbeit zwischen der Retrofabrik und mir weiter bestehen bleibt. Weil ich fand die He-Man, also die Masters of the Universe Comics von denen großartig. Die haben mir sehr viel Freude bereitet. Und auch wenn die Klickzahlen in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen sind, ja, das ist halt so. Aber ich denke, ihr hattet trotzdem auch euren Spaß. Und sollte da demnächst noch mehr kommen, werde ich natürlich auch mehr berichten. Und es wird auch weitere Comic-Reviews hier geben, so. Und es wird auch weitere Hörspiel-Reviews hier geben, so. Und es ist mir vollkommen egal, ob ihr das sehen wollt oder nicht, weil ich will es machen. Und solange da noch einer da draußen ist, der sagt, jawohl, ich will hören, was du zu Comic XY sagst. Oder ich will wissen, welche Hörspiele rausgekommen sind, was du gehört hast und warum ich mir die anhören sollte oder nicht. Und solange noch einer da draußen ist, der daran Interesse hat, mache ich es nicht umsonst. Und ansonsten mache ich das, was ich ganz häufig mache. Ich rede einfach mit dem Nichts. Ja, psychische Störung nennt man das. Aber so ist es halt, ne? Die sind alle ein bisschen exhibitionistisch und ein bisschen kaputt, sonst wird man sich nicht vor die Kamera setzen. So, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Möge die Macht mit euch sein. Ich meine natürlich die Macht von Castle Greyskull. Und bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.